So dolle Bastelzeit und heute da haben wir mal etwas was früher immer relativ kompliziert war aber seit kurzem einfach zu haben ist und zwar ein Inline Debugging beim Mikrocontrollern. Inline Debugging heißt im Prinzip dass ihr während ihr das Programm schreibt und euer Board angeschlossen habt. Sagen könnt ich möchte jetzt wissen was das Ding macht und dann könnt ihr Stellen setzen wo das Programm zum Beispiel einfach in der Ausführung anhält oder ihr könnt zugucken wie sich Variablen ändern und das kann sehr helfen wenn man versucht irgendwelche Fehler zu finden. Wie genau schauen wir uns dann gleich an. Wie ihr schon seht ich zeige das ganze hier mit Platform.io. Da ist ein Debugger integriert. Teilweise findet ihr hier die Info dass ein entsprechender Account da benötigt wird. Das stimmt so nicht mehr ganz. Seit kurzem ist das wohl zumindest in Teilen integriert und sollte auch ohne Account laufen direkt auf eurer Kiste. Um das ganze zu zeigen habe ich hier mal ein kleines Programm gebastelt. Das hat absichtlich einen Fehler drin. Ich denke die meisten haben eventuell schon entdeckt aber das ist denke ich als Beispiel wo so ein Debugger nützlich sein kann durchaus geeignet. Wir haben hier eine Variable Count die ist 0. Wir gehen in die Loop und solange Count unter 300 ist gehen wir hin und lassen die LED hier blinken. Warten eine Millisekunde und zählen hoch und wenn wir über 300 kommen setzen wir das Ding wieder auf 0 zurück. Soweit die Theorie. Wie wir sehen wir haben hier unten das ganze schon gebaut. Wir haben keinen Fehler. Das ganze ist auf Success gelaufen. Keine Warnungen wie wir sehen. Also alles Töfte. Zumindest wenn wir dem Compiler hier glauben. Wenn wir jetzt aber mal auf das Board selber gucken. Die rote LED das ist die die wir gerade ansteuern und irgendwas stimmt da nicht oder? Und auch wenn wir hier mit dem Oszilloskop oder Logic Analyzer drauf gucken. Naja das geht halt die ganze Zeit nur hoch und runter und da ist nicht wirklich eine Pause dazwischen. Also definitiv nicht das was wir haben wollten. Normalerweise hätte ja nach 300 Pulsen da irgendwo mal eine Pause sein sollen. Haben wir nicht. So wir wissen also dass wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Jetzt müssen wir rauskriegen wo und der klassische Ansatz dafür wäre Print Debugging. Das heißt wir geben einfach Sachen aus, benutzen eine serielle Schnittstelle und geben diese Werte hier entsprechend raus. Das hat aber zwei Nachteile. Nummer eins. Naja wir brauchen erstmal eine serielle Schnittstelle. Bei meiner Schaltung hier habe ich eigentlich keine. Und Nummer zwei. Es kann relativ flott unübersichtlich werden. Gerade wenn man Programme hat die relativ flott laufen. Ist das doch ein Problem. Also machen wir das mal wieder weg und gucken uns stattdessen den Debugger an. Da müssen wir aber erstmal ausholen wie und wo können wir überhaupt einen Debugger benutzen. Denn das ist leider ein bisschen eingeschränkt. Die schlechte Nachricht zuerst. Wer mit einem klassischen Arduino, also einem Atmel AVR arbeitet, der hat Pech. Da gibt es keine Möglichkeit einen Debugger zu verwenden. Selbiges gilt für den ESP8266. Auch da keine Möglichkeit für ein Debugging. So ihr habt ja gesehen ich nutze einen Bluepill, also einen STM32. Die sind alle entsprechend ausgestattet, um so ein Debugging zu machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Teilweise so Development Boards, die haben das schon mit drauf. Da kann man das einfach über den bestehenden USB-Port machen. Bei hier dem nutze ich den ST-Link, den ich auch zum Programmieren habe. Das sind entsprechend zwei Pins. SWDIO und SWCLK, die wir da benötigen. Also überschaubar. Und auch der ST-Link, also zumindest die Nachbauten, die Emulatoren dafür, die kosten irgendwie so 1-2 Euro. Das ist ganz erschwinglich. Eine andere Plattform, die verbreitet ist und sich debuggen lässt, das wäre ein ESP32. Bei den meisten Boards sind alle nötigen Sachen rausgeführt. Das läuft über JTAG. Da braucht ihr einen entsprechenden JTAG-Adapter. Die günstigen müssten so um die 10 Euro liegen. Die Verbindungen, die ihr da herstellen müsst, das ist dann entsprechend Enable, TDI, TCLK, TMS und TDO. Das heißt, in diesem Fall würdet ihr hier insgesamt vier IO-Pins verlieren. Das ist ein bisschen nervig, weil der ESP ja doch mit IO ohnehin schon ein bisschen geizt. Aber wenn ihr jetzt nicht so viele GPIO-Pins benötigt in eurem Projekt, ist natürlich auch das eine Möglichkeit, damit zu Debuggen funktioniert dann ähnlich. So, wie machen wir das jetzt? Nun, ich habe hier, wie schon gesagt, ein Bluepill. Also gucken wir einfach mal nach. Bluepill, wenn wir hier ins Programm reingehen, in den Spot selber und unter Debugging gucken, da sehen wir hier, was kompatibel ist. Wir können die Blackmagic Probe benutzen, wir können einen J-Link benutzen oder einen ST-Link. Den ST-Link habe ich hier und der ist Default, das heißt, ich muss nichts angeben. Andernfalls könnte man das natürlich in der Platform.io.ini, da gibt man dann entsprechend Debug-Tool ST-Link oder Debug-Tool J-Link oder was auch immer man da hat, passend rein. Und was können wir jetzt mit dem Debugger machen? Naja, zwei Sachen. Das erste wäre schlicht und ergreifend, wir können Breakpoints setzen. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und können hier sagen, wenn wir hier ganz nach links gehen, roter Knopf, halte bitte an der Stelle hier an. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und sagen, wenn du hier vorbeikommst, halte das Programm bitte an. Das können wir jetzt nochmal testen. Wir gehen hier auf Debug and Run, dann drücken wir hier auf Start Debugging. Der lädt das Ganze, dauert einen kleinen Moment. So, hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt stehen wir an der Stelle hier und das hier, das ist euer kompletter Programm Anfang. Der ist jetzt ganz am Anfang der CPU in Main, der möchte alles initialisieren. Da hat er schon mal angehalten. Da können wir jetzt einfach hier oben einmal auf Play drücken. Dann macht er weiter, bis er das nächste Mal an irgendein Breakpoint ankommt. Und wenn wir das tun, sehen wir jetzt hier, wir haben wieder angehalten, Breakpoint 2. Und zwar an dieser Stelle hier. Wir haben Count und das soll jetzt hier inkrementiert werden. Und wenn wir hier drüber gehen, dann sehen wir schon 0. Das heißt, aktuell ist Count 0. Wenn wir jetzt hier einmal Step Into sagen, dann sehen wir, er geht zum Ende. Und wenn wir jetzt hier die Maus drüber halten, sehen wir hier ist 1. Wir können also live sehen, wenn wir anhalten, was hier gerade in den Variablen drin steht. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, okay, wir zählen 1. Dann machen wir mal weiter. Und was ich gerade mal mache, ist ein Watch hier anlegen. Das heißt, ich gehe hin und sage hier, mach mal ein neues Watch auf Count. Wenn wir das machen, sehen wir das jetzt hier. Da muss ich nicht jedes Mal die Hand drüber halten. Wenn wir jetzt hier Play drücken, dann sehen wir 2. 3, 4 und so weiter. Und jetzt können wir hier live zugucken und jedes Mal anhalten, wenn wir da hinkommen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult. Wir sind jetzt bei Nummer 250. Wir können uns gerade mal angucken, was wir sonst noch hier sehen. Wir sehen hier oben erstmal die ganzen Variablen. Die können wir ausklappen, was es da alle gibt. Hier ist auch der Count noch mal drin, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel hier UV-Tick. Wir sehen die GPIO-Ports. Wir sehen das serielle Objekt, was da alles existiert. Wir sehen hier unten ein Call-Stack. Das heißt also, wo sind wir überhaupt hier? Der Breakpoint war ja hier an der Stelle und wir sehen, der Breakpoint ist innerhalb von Loop und Loop wurde aufgerufen von Main. Main ist quasi das Hauptprogramm und Loop entsprechend die Funktion. Das heißt, wenn ihr Funktionen ineinander aufruft, seht ihr auch, welche Funktion hat durch welche andere Funktion welche andere Funktion was aufgerufen, um hier hinzukommen. Was wir ebenfalls sehen können, ist hier die Liste der Breakpoints. Wir können uns die ganzen Peripherals angucken. Das heißt also, wer schon mal nativ programmiert hat mit so einer CPU. Da können wir uns zum Beispiel angucken, wie diese ganzen GPIOs gerade geschaltet sind, wie die Power-Register und die Timer konfiguriert sind, wenn das interessant ist. Wir können die CPU-Register gucken. Wer Assembler versteht, der kann auch entsprechend damit was anfangen. Und genauso können wir auch hier, wenn wir das mal wieder alles wegklappen, uns den RAM angucken, jede einzelne RAM-Adresse, die wir haben wollen. Da müssen wir dann entsprechend die Adresse eingeben. Das ist aber jetzt auch für hier sowas eher uninteressant. Und wir können hier ein Disassemble von dieser Funktion machen. Dann sehen wir hier hier zum Beispiel, wie das Ganze in Programmcode aussieht, was er da gerade ausführt. Das hier ist sozusagen der Assembler von dieser Funktion Loop hier. Und das ist jetzt natürlich etwas, wo man sehr tief in der Hardware drinstecken muss, wenn man das alles verstehen möchte. Da tun sich bei mir gerade auch so ein paar Fragezeichen auf, weil hier halt kein Jump drin ist. Jedenfalls sehe ich keinen so direkt. Wird der Compiler schon irgendwas sich bei gedacht haben. Gehen wir mal wieder zurück. Wir waren ja am Debuggen, wieso wir hier nicht aufhören. Das heißt, wir suchen unsere 300. Und jetzt achtet mal hier auf die 250. Ich mache jetzt mal weiter. 251, 52, 53, 54, 55, 0. Ja, da haben wir unseren Fehler wohl gefunden. Denn, naja, Count ist ein Char-Objekt. Das ist ein 8-Bit-Objekt. Das heißt, das Ding kann nur Zahlen von 0 bis 255 aufnehmen. Wir haben versucht, jetzt bei 255 nochmal plus 1 zu zählen. Das wäre normal 256. 256 gibt es nicht. Wir haben einen Overflow und entsprechend fängt der wieder bei 0 an. Das ist doof. Das heißt, was wir machen müssen, ist schlicht und ergreifend hier daraus ein Int oder natürlich besser ein Uint 16t, sodass wir auch wissen, dass das ein 16-Bit-Wert definitiv ist. Damit haben wir unser Problemchen behoben. Wenn wir das jetzt hier einmal kompilieren und danach hochladen. Pardon. Erst natürlich Debugging stoppen, dann geht das besser. Dann sollte unser Fehler behoben sein. Und wie wir sehen, wir haben die Pulse und dann ist er 500 Millisekunden lang komplett an. Also ein bisschen heller. Fehler gefunden. Dieser Inline-Debugger, der hat natürlich noch viel mehr Vorteile und Funktionen. Das eine, was wir machen können, wir können hier ohne Breakpoint das ganze Debugging starten. Dann läuft das Ganze erstmal ganz normal durch, beziehungsweise er hält erstmal an. Und was wir jetzt machen können, ist den hier loslaufen lassen und er läuft jetzt quasi die ganze Zeit ganz normal. Wir können aber jederzeit sagen, okay, Pause bitte. Und jetzt können wir genau hier gucken, wo ist er, was macht er. In dem Fall ist er hier in der Funktion GetCurrentMillis. Das ist nichts von uns. Die stammt aus dem Arduino Framework. Können wir hier auch schön sehen. Framework Arduino Core, Arduino STM32 Clock C. Irgendwas mit dem Takten und wir sehen ja auch hier schon, es geht um Millisekunden. Wenn wir uns den Callstack angucken, er ist gerade in einem Delay gewesen. Und zwar, wenn wir hier hingehen, er war gerade von hier in diesem Delay um eine Millisekunde. Da haben wir ihn gerade unterbrochen. Und so können wir dann auch im laufenden Betrieb jederzeit anhalten und jetzt hier nach und nach durchgehen. Was macht er denn jetzt hier überhaupt zu dem Zeitpunkt? Das heißt, wenn wir irgendwas haben, wo es lange Zeit gut geht und dann irgendwann schief geht, können wir dann im Moment, wo es schief geht, das Ding hier stoppen, können dann hier rund gucken. Wie sehen denn jetzt unsere Objekte aus? Ist das alles noch in Ordnung oder ist da irgendwo was kaputt gegangen? Ist da irgendein Objekt, was nicht mehr stimmt? Eine Variable, wo Blödsinn drin steht und dann versuchen da drüber da rauszukommen. Und was teilweise auch funktioniert, wenn die CPU selber crasht, dann kann es auch durchaus mal sein, dass er hier noch ein bisschen Reste reingeben kann. Also den Grund für den Crash hier über Callstack oder so noch ein bisschen darstellen kann. So, ihr habt gesehen, das kann durchaus mal hilfreich sein. Das Ding ist natürlich wesentlich mächtiger als das, was ich hier zeigen kann. Aber es ist nicht ganz so nervig, wie tausendmal Serial Printline in euer Programm reinzumachen und danach wieder rauszumachen. Hier kann man das halt einfach per Klick entsprechend sagen, halt hier, hier, hier und hier an. Und so kann man dann relativ flott herausfinden, was denn da in einem Programm schief geht oder was nicht. Ja, ich mache jetzt hier an der Stelle noch ein bisschen weiter, denn ich mache das nicht umsonst. Ich habe ja meinen Asys-Bus, dieses Arduino und Kahn-basierte Haussteuerungssystem und habe da bei meiner Firmware das Problem, dass irgendwo nach x Paketen das Ding aussteigt und plötzlich auf eingehende Pakete nicht mehr sauber reagiert. Und ja, ich ziehe den mal rüber, den Code hier auf den STM32, ist jedenfalls der Plan so mittelfristig. Und dann kann ich zumindest ein bisschen zugucken, was zum Geier da los ist. Ja, eingehende Pakete da machen vielleicht Probleme, der Debugger aber nicht, denn der tut, was er soll. Ja, ich habe ja jetzt wieder einmal auf den St. 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 21, 20, 21. Vielen Dank.